hallo und herzlich willkommen hier auf wpnv simulation ich bin's der bio begrüße euch und freue mich dass du wieder einschaltest wir hatten ja vor einigen wochen und schon so ein bisschen über omzi webdisk unterhalten jetzt hat sich hier einiges verändert also wenn ihr mehr wissen wollt unbedingt dranbleiben denn uns wurde ein dokument zugespielt wird es jetzt auch in den nächsten tagen in den nächsten stunden jetzt umgesetzt werden soll und so schrieb omzi webdisk aktuell sehr geehrte community am vergangenen dienstag den 29 9 2020 musste unser co-projektleiter tatra das amt ablegen in den vergangenen monaten lief in der webdisk leider nicht alles so glatt und reibungslos wie wir uns das vorgestellt hatten durch verschiedene privaten probleme und veränderungen war die zeit von animax und worky in den vergangenen monaten sehr beschränkt wodurch tatra die webdisk allein verwaltet hat dies hatte eine überlastung zufolge welche eine reihe an fehlentscheidungen sowohl intern als auch in der außenkommunikation zufolge hatte welche nicht zu entschuldigen sind in anbetracht dieser dinge kam es zu mehreren unglücklichen ereignissen vieles hätte man in der tat anders machen können was gerade die situation höchstwahrscheinlich verhindert hätte folglich wollen wir dir tatra unseren ausdrücklichen dank aussprechen dass du die webdisk den letzten jahren so unterstützt hast sei es dass du dir mehrere nächte für ein adventskalender um die orten geschlagen hast oder dich um das allgemeine forenleben gekümmert hast unbedingt darf auch deine sehr große arbeit am wiki nicht unerwähnt bleiben wodurch auch in den nächsten jahren noch menschen sich für um sie begeistern werden nun steht die frage im raum wie es weitergehen soll wir haben uns zu einer art neuanfang entschieden und diverse änderungen im team vorgenommen so ist jetzt aktuell die einberufung von csp animax in die co-projekt leitung das dadurch frei gewordene amt des mediators wird von r2 d2 unterstrich zwei besetzt und bam lukas und schleswig holstein ergänzen das team als co-administratoren mit diesem team werden wir von nun an stück für stück alles ab und bearbeiten was teilweise auch in den letzten monaten angefallen ist wir werden eine einheitliches regelwerk ausarbeiten welches vieles vereinfachen soll folglich wird ab nun gleiches recht für alle gelten ebenso wollen wir die community durch verschiedensten umfragen mit einbringen und auch die wünsche und anregungen eingehen auch werden wir kritik durchsprechen und allen nutzern die möglichkeit geben mit uns offen zu reden wir wünschen uns allen einen erfolgreichen und positiven neuanfang mit freundlichen grüßen das team der webdisk wir hatten vor einiger zeit schon mal darüber berichtet dass durch die schließung der oder der teilschließung von den offiziellen ormsi forum jetzt mittlerweile alle zu ormsi webdisk wechseln und dementsprechend natürlich auch die publisher größere publisher davon mitbekommen haben unter anderem natürlich aerosoft die natürlich finanziell beigesteuert haben aber auch unterstützer von harley con war halt alles mit dabei gewesen und jetzt ist natürlich sowas zu lesen natürlich schon extrem hart aber man muss dazu sagen dass das ganze jetzt noch mal alles komplett neu umgebaut wird neu umstrukturiert wird und das wird jetzt natürlich in den nächsten tagen passieren also kann natürlich sein dass die seite vielleicht mal ab und zu mal bei euch nicht erscheint oder eventuell verzögert vielleicht ein bisschen fehlerhaft angezeigt wird das soll jetzt aber in den nächsten tagen repariert werden nur dass ihr da schon mal bescheid wisst auch gibt es wie gesagt umfragen die wo ihr jetzt damit abstimmen könnt die findet ihr natürlich unten in der video beschreibung drinnen da könnt ihr einfach draufklicken und einmal geht es hier um zwei umfragen einmal die negativ smiles als reaktion abschaffen oder neue smileys als reaktion gesucht ja also falls ihr zum beispiel irgendwelche smileys oder sowas habt wie man sowas halt bewerten kann die strecken bewerten kann zum beispiel oder die busse die repaints dann könnt ihr natürlich das ganze ja jetzt somit abstimmen wie gesagt ebenfalls ja ob das überhaupt abgeschafft werden soll oder nicht ob man da irgendwie was machen muss also von daher ja könnt ihr natürlich dementsprechend selbst entscheiden es wird also wie gesagt eine umstrukturierung der webdisk geben im optischen sinne deswegen auch wie gesagt kurze schließzeiten und es gibt auch neue regeln was das upload angeht unter anderem zum beispiel der fahrt muss jetzt nicht mehr um sie zwei betragen sondern das kann jetzt auch schon mit den unterordnern anfangen das ist natürlich für die ganzen modder die das ganze natürlich machen super vielleicht vereinfacht ganze noch mal darstellt das ganze aber wie gesagt packe ich euch unten in die video beschreibung mit rein liest euch das ganze da vielleicht noch mal durch und schaut es da am besten mal rein wie gesagt ihr nehmt gerne teil bei der umfrage das ist natürlich eine große hilfe eine große unterstützung die ihr da geben würdet ich glaube ja um sie vertreten sich da sehr sehr drüber freuen und wir müssen dazu noch festhalten um die webdisk ist aktuell die einzigste große um sie forum oder das einzige große um sie form was gerade existiert und da müssen wir natürlich denn vielleicht schon ein bisschen mithelfen denn das ohne das könnte um sie vielleicht gar nicht mehr so gut kommen deswegen unterstützt omsi webdisk ja guckt danach schaut da rein votet mit und wir würden uns natürlich mega drüber freuen wenn ihr damit teilnehmt und das war es dann auch schon von dieser kurzen news wie gesagt das wurde uns jetzt zugespielt das sollte jetzt aber auch in den nächsten stunden in den nächsten tagen als auch öffentlich denn omsi forum also in den omsi webdisk forum erscheinen ja dass ihr euch das ganze dort dementsprechend noch mal nachlesen könnt r2d2 hat uns diesen text schon mal zukommen lassen damit wir euch hier schon mal in kenntnis setzen können dass sich da jetzt wie gesagt einiges verändert und dementsprechend drücken wir euch ganz ganz feste die daumen omsi webdisk dass ihr weiterhin immer noch so eine tolle arbeit leistet wie bisher denn ohne euch glaube würde es vielen vielen schwerfallen an frischen content zu kommen für omsi vielen vielen dank an diese stelle von ganzen öpnv team damit endet die news ihr lieben wir sehen uns hoffentlich zum nächsten part wieder wie gesagt alles weitere unten in der video beschreibung bis denn tschüss haben genes ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020